Was ist so das Minimum, was wir machen müssen, damit wir Fortschritte in unserem Sport erzielen? Ihr wisst ja, ich bin ein befürwortetes, ich hole das Max hier mal raus Prinzip. Aber heute sprechen wir mal darüber, was so das Minimum ist, was man machen muss, damit man überhaupt Erfolge in diesem Sport hat. Weil es gibt sicherlich viele da draußen, die so gar keine Erfolge machen und sich dann fragen, hey, wieso mache ich keine Erfolge? Logisch, da verändert sich nichts. Okay, und jetzt sprechen wir mal darüber, was so das Minimum ist, was man machen muss, damit man überhaupt Erfolge hat. Die Erfolge sind dann natürlich nicht optimal, weit weg von optimal, aber zumindest tut sich was. Das heißt, das ist vielleicht für einen Familienvater relevant oder für jemanden, der gerade anfängt, der keine Erfolge macht. Jemanden, der irgendwo begrenzt ist in seinen Kapazitäten, der eben nicht das Maximum rausholen kann. Vielleicht willst du aber das Maximum rausholen, machst keine Erfolge, dann kannst du jetzt mal sehen, was so das Minimum ist. Natürlich erst mal die Makros. Logischerweise brauchen wir ein gewisses Maß an Proteinen, ein gewisses Maß an Carbs für unsere Leistung und ein gewisses Maß an Fett für Gesundheit und auch Energie. Ihr wisst ja, Fett hält auch die Speicher voll. Das heißt, die Makros müssen irgendwo stimmen. Wenn wir zum Beispiel uns Ketogen ernähren, können wir keine Muskeln aufbauen. Das funktioniert nicht. Da gibt es auch genug Daten drüber. Deswegen müssen halt einfach die Makros stimmen. Ausreichend Protein, ich weiß nicht, irgendwie 1,6 Gramm pro Kilogramm, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Also Mindestmaß. Carbs zumindest irgendwie vom Sport, dass man irgendwie ein bisschen die Speicher füllt, wenn man nicht mehrmals Carbs konsumieren möchte. Aber man sollte schon mal gucken, dass man sich einmal zumindest Carbs gibt oder einmal zumindest ein bisschen lädt. Ketogen geht nicht. Und dann natürlich auch ein paar Fette, natürlich damit wir auch die Kalorien auffüllen und so weiter. So, und dann natürlich die Kalorienbilanz. Wenn wir aufbauen wollen, müssen wir mehr essen, als wir verbrauchen. Wenn wir Diät machen, müssen wir weniger essen, als wir verbrauchen. Machen wir das nicht, machen wir sehr, sehr schlechte Fortschritte, bis keine Fortschritte. Was, was unumgänglich ist, wenn wir zum Beispiel abnehmen wollen, geht das ohne Defizit nicht. Das ist unmöglich. Biochemisch unmöglich. Genauso ist das mit dem Aufbau. Wir müssen zumindest irgendwie feststellen, dass wir auf Erhalt sind, wenn nicht noch einen kleinen Überschuss haben. Wenn man, sage ich mal, die No-B-Gains schon hinter sich gelassen hat, vielleicht, dann geht es auch gar nicht mehr ohne einen richtigen Überschuss. Weil, wo sollen die Baustoffe herkommen? Wo soll die Energie herkommen, wenn wir auf Erhalt sind? Erhalt reicht auch nur zum Erhalt. Das heißt, wir müssen zumindest 100, 200 Kalorien Überschuss haben. Ein bisschen. Damit wir zumindest Baustoffe übrig haben und Energie haben, um Progress zu machen. Dann das Timing. Das habe ich in Anführungsstrichen gesetzt. Ich würde sagen, man braucht mindestens zwei Mahlzeiten. Timing ist nicht so relevant, wenn man nur ein bisschen Erfolge haben möchte. Alles funktioniert irgendwie. Aber ich bin der Meinung, man muss mindestens zweimal essen. Einmal vor und einmal nach dem Sport. Man könnte auch schon so weit gehen, dass man sagt, okay, eine Mahlzeit vom Sport reicht aus. Oder eine Mahlzeit reicht aus. Aber ich würde sagen, das sind dann Erfolge. Also wenn man zum Beispiel nach dem Sport isst und dann schläft, ist man ja auch wieder gefastet. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Das ist scheiße. Das heißt, das macht schlechte Erfolge. Und wenn wir halt, wie gesagt, vor dem Sport einmal essen, haben wir vielleicht ein bisschen bessere Performance. Aber regenerieren dann vermutlich schlechter. Deswegen habe ich persönlich das Minimum von zwei Mahlzeiten angesetzt. Es geht wahrscheinlich auch mit einer. Vor allem, wenn man Anfänger ist. Aber wie gesagt, weit weg von optimal. Aber zwei Mahlzeiten bekommt sowieso jeder hin. Deswegen ist es so, in Anführungsstrichen, das ist halt eigentlich nichts, worüber man diskutieren muss. Also die meisten Menschen essen automatisch schon zweimal. Einfach, weil sie anders gar nicht klarkommen. Dann genug schlafen. Was heißt genug? Genug heißt mindestens sechs Stunden, würde ich sagen. Ich empfehle immer sechs bis neun Stunden an den Normalo. Wenn man ein schwerer Bodybuilder ist, vielleicht sogar mehr. Und genug heißt in dem Fall einfach die untere Range davon. Das heißt, die sechs Stunden mitnehmen. Ich denke, sechs Stunden bekommt auch jeder hin. Und wenn man konstant sechs Stunden schläft, dann hat man zumindest sichergestellt, dass man ein paar Schlafzyklen hat. Man nicht degradiert mental, körperlich. und Schaden davon trägt über längere Zeit. Sondern, dass man das sustainen kann oder sogar noch was aufbauen kann. Also mit sechs Stunden kommen sehr, sehr viele Menschen aus. Ist vielleicht nicht optimal, wie gesagt, aber es reicht aus, um ein bisschen aufzubauen. Dann noch etwas, das sollte klar sein, innerhalb der Kapazitäten arbeiten. Du hast eine gewisse Regenerationskapazität und du darfst diese nicht überstreiten. Nehmen wir mal an, du machst hiervon alles richtig, aber schleppst auf den Bauch noch Steine, gehst noch zum Kampfsport und machst jeden Tag 25.000 Schritte. Ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du sehr gute Erfolge im Sport machst. Einfach, weil es zu stressig ist für deinen Körper. Der Körper kann da nicht gegenregenerieren. Ich will nicht sagen, dass man nicht theoretisch dann doch Erfolge machen kann, aber die werden wahrscheinlich nicht wahrnehmbar sein, die Erfolge. Deswegen würde ich sagen, es ist schon Pflicht, innerhalb seiner Kapazitäten zu arbeiten. Und wenn man mehrere Sachen macht, ist es aber wichtig, andere Sachen noch anzupassen. Sagen wir mal, du machst sehr viele Schritte, du machst sehr viel Kampfsport. Dann passt wenigstens dein Volumen so an, dass du zumindest irgendwie dann diese kleinen Erfolge hast und nicht dann noch so viel Volumen machst im Training, dass du es dann nicht regenerieren kannst. Also egal, was du machst, wofür du dich entscheidest, du musst innerhalb deiner Kapazitäten arbeiten. Aber wenn du es nicht machst, machst du auch keine Erfolge. Deswegen ist das hier sozusagen auch noch Pflicht, um fortzuschreiten. Deine gesamte Leistung, die du erbringst, Schritte, Aktivität, andere Sportarten zusammenpacken und dann sozusagen noch den Kraftsport daran anpassen. Wenn das zwangsweise so ist, kannst du halt einfach nicht viel Kraftsport machen. Aber den Kraftsport, den du machst, den würde ich dann wenigstens so gestalten, dass er effektiv ist. Jetzt gehen wir mal weiter zum Kraftsport. Das Volumen logischerweise, das muss irgendwo zwischen minimaler Reiz sein und maximaler Reiz sein. Wenn du unter minimalen Reiz bist, setzt du keinen Reiz. Wenn du überm maximalen Reiz setzt, ist jedes Set, was du machst, erschöpfend und zerstörend, ja, Muskelschaden und so weiter. Und dann schmälerst du sozusagen wieder den Reiz. Du musst irgendwo in diesem Bereich sein, dass du sagst, alles klar, ich habe genug Sätze, um den Reiz zu setzen, aber halt auch einfach nicht zu viel, weil damit schadest du dir wieder. Und deswegen muss das einfach eine sinnvolle Range sein. Du musst eine Ausführung haben, die alle Muskeln trifft, die du trainieren möchtest. Bedeutet im Endeffekt, wenn du möchtest, dass deine Brust wächst, kannst du nicht erwarten, dass deine Brust wächst. Das heißt, genau, wenn du sie nicht triffst, logischerweise, wenn du nur, weiß ich nicht, Trizeps, Schulter und alles triffst. Deswegen überleg dir, welche Muskeln du zu wachsen bringen willst. Und dann musst du die natürlich auch treffen. Das ist unausweichlich. Wenn du einen Muskel nicht triffst, kannst du nicht erwarten, dass er wächst. Das heißt, Volumen ist unausweichlich, das muss passen. Die Ausführung ist unausweichlich, das muss passen. Natürlich Progression. Wir müssen irgendwo kontinuierlich neue Reize setzen. Wir können nicht immer mit dem Gleichen aufbauen. Das ist auch klar. Du kannst nicht denken, dass du irgendwie anfängst mit der Stange beim Bankdrücken, 20 Kilo, die schaffst du dann 10 Mal. Das kannst du nicht ewig machen. Irgendwann hast du keine effektiven Raps mehr und dann setzt du auch keinen Reiz mehr, weil du dich adaptierst daran und nicht fortschreiten kannst. Muskelversagen gehört auch so ein bisschen dazu. Du musst auch zwangsweise immer effektive Raps kumulieren, also ins Muskelversagen trainieren. Wenn du das nicht machst, wächst du nicht. Das ist auch mittlerweile ziemlich klar. Die letzten 5 Raps stimmen zwar nicht ganz vom Muskelversagen, aber so beschreibt man das ganz gut, sind die, die stimulativ sind. Das hat auch was damit zu tun, wie schnell diese Raps sind. Aber das ist auch relativ egal für dich zu wissen. Wenn du nicht diese letzten Raps vom Versagen oder bis zum Absoluten Versagen mitnimmst, da, wo es anstrengend wird, dann bebaust du auch nicht auf. Also das ist unausweichlich, das verstehen auch viele nicht. Viele beenden einfach schon den Satz, da, wo es gerade anfängt. Und das machen sie die ganze Zeit und dann wachsen sie natürlich nicht. Das heißt, du musst irgendwo mit einem vernünftigen Volumen in die Muskeln, die du trainieren willst, die du auch triffst, ins Muskelversagen trainieren und dann natürlich langfristig irgendwie Progression erzeugen. Du kannst aber auch, ich habe das hier getrennt, weil viele denken sich jetzt, ey, das gehört ja eigentlich zusammen. Aber du kannst theoretisch auch progressen beziehungsweise du kannst theoretisch auch Fortschritt erzeugen, ohne ins Versagen zu trainieren, indem dein Nervensystem sich adaptiert, indem deine Technik ein bisschen besser wird. Ja, so wenn du einfach Sachen übst, wirst du auch automatisch drin besser. Das heißt aber noch lange nicht, dass du Muskeln aufbaust. Deswegen habe ich das getrennt, auch wenn es relativ ähnlich ist. Ja, wenn du in einem perfekten standardisierten System ins Muskelversagen trainierst, hast du auch automatisch eine gewisse Progression drin, sofern die Ernährung stimmt, weil der Körper sich natürlich immer adaptiert. Aber es ist trotzdem nicht exakt das Gleiche, deswegen ist beides Pflicht. Jetzt gehen wir das nochmal durch, sozusagen eine kleine Zusammenfassung. Wie gesagt, Proteine, Fette und Kohlenhydrate müssen gedeckt werden. Ketogen funktioniert jetzt nicht. Das ist nicht möglich. Ja, wir müssen entweder unsere Kalorien abdecken, im Überschuss sein, oder wir müssen unser Defizit einhalten, ansonsten machen wir auch keine Fortschritte. Ja, das ist auch Pflicht. Dann habe ich gesagt, in Anführungsstrichen mindestens zweimal essen. Kann man eigentlich weglassen, ist unnötig, aber das ist praktikabel einfach. Ja, weil es sehr, sehr viele Szenarien gibt, wo, wenn man nur einmal ist, dass man höchstwahrscheinlich einfach keine guten Fortschritte macht. Ja, also ich würde einmal formen nach dem Sport essen, Minimum, ja. Ich empfehle ja immer vier bis sechs Mal. Dann musst du genug schlafen, sechs Stunden am Tag, ja, und auf jeden Fall deine gesamte Leistung innerhalb deiner, an deiner, an deiner Regenerationskapazitäten anpassen. Dann musst du natürlich, wie gesagt, vernünftiges Volumen, Muskeltreffen, Progress, Muskelversagen. Und das war's auch schon, ja. Wenn du das alles machst, kannst du erwarten, dass die Muskeln, die du zum Wachsen bringen willst, dass die auch irgendwie wachsen. Ihr findet auf meinem Kanal ganz viele andere Videos, die sich mit den Sachen nochmal tiefer beschäftigen. Es ist ein extrem komplexer Sport, es ist eine Wissenschaft, ja. Man kann sehr, sehr viel optimal machen, ja. Du kannst tausend Sachen machen, aber das ist so wirklich so, also das ist so das Minimum, was man machen muss. Und ihr glaubt es nicht, aber die Leute, die ihr im Fitnessstudio seht, viele davon machen irgendwas hiervon komplett falsch. Der eine will abnehmen, aber ist zu viel, logisch. Die meisten über die Hälfte, die trainieren nicht als Muskelversagen. Die siehst du da, trainieren, machen Trizest-Push-Downs und da passiert nichts, also das sieht nicht anstrengend aus und dann hören sie einfach auf. Und du denkst dir so, okay, der hätte doch jetzt noch 20 Reps machen können. Ja, hätte er auch. Aber der versteht nicht, dass er ins Muskelversagen trainieren muss. Deswegen muss man sich überlegen, also die Leute machen sehr, sehr viele Sachen falsch und das sind so die Sachen, die ihr machen müsst, damit ihr Erfolge macht, ja. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, das hat euch zum Nachdenken angeregt. Das war natürlich ein Video für die Anfänger unter euch. Die, die schon länger dabei sind, die wissen das alles schon. Aber vielleicht hat es euch ja auch Spaß gemacht. Ihr könnt gerne auch einen Kommentar lassen. Ihr könnt gerne auch liken, ja, die, die das noch nicht alles wussten, die können sowieso liken und kommentieren und ihr könnt gerne alle mit Crowchern und Bull shoppen bei GIGAS Nutrition oder Smiter Dogs, ja. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.